Meine Mission in meinem Leben ist es, wieder zurückzukehren zu meinem wahren Ich und einfach authentisch zu sein. Eine echt schwierige Frage, aber ich denke, mein Lebensziel ist das, viele Menschen positiv berührt, beeinflusst und auch geholfen zu haben. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich durch die Stadt bewege, dann am liebsten schnell, sicher und auch komfortabel.